Da ist sie endlich. Die Zulassung für den Master Interdisziplinäre Medienwissenschaft. Jetzt steht der Karriere nichts mehr in dem Weg. Also, ab an die Uni Bielefeld. Doch, die ist groß. Sehr groß. Und als wäre es nicht genug, sich dort erstmal zurechtzufinden, muss man auch noch so viel bedenken. Immatrikulation, Tickets, ein riesiges Lehrangebot, selbst einen Stundenplan zusammenstellen, Literatur beschaffen. Uff, das ist ziemlich überwältigend. Hey, das ist doch gar kein Problem. Wir von der Fachschaft MEWI helfen dir da gern weiter. Fachschaft? Was ist das denn? Wir sind ganz normale Studierende, wie du, die sich ehrenamtlich für ihre Kommilitonen einsetzen. Wir bieten Beratungen zu deinem Studium und generell zur Uni an. Wir vertreten aber auch deine Interessen in der Hochschulpolitik gegenüber Lehrenden und engagieren uns in Gremien, zum Beispiel zu den Themen Finanzmittel oder Lehrplanung. Aber natürlich darf auch das Miteinander nicht zu kurz kommen. Daher sorgen wir im Sommer für Grillgut, im Winter für Glühwein und zwischendurch für Kneipenstammtische. Und wir sind Teil der Dachfachschaft an der Lilly-Fakultät. Dort arbeiten wir mit all den anderen Fachschaften der Fakultät zusammen und helfen beispielsweise, den Bielefelder Hörsaal-Slam zu veranstalten. Ach ja, und falls du Lust hast, dich auch an einigen dieser Dinge zu beteiligen, dann komm doch einfach vorbei und mach mit. Wir suchen immer neue Früchtchen. Erreichen kannst du uns auf verschiedenen Wegen. Puh, Glück gehabt, dass ich das alles nicht allein bewältigen muss. Mit der Hilfe meiner Kommilitonen kann ich mich in Ruhe auf meinen Abschluss konzentrieren. Ich hab mich in Ruhe auf meinen Abschluss konzentrieren. Ich hab mich in Ruhe auf meinen Abschluss konzentrieren. Untertitelung des ZDF, 2020